Ihr seht es wahrscheinlich hier drüben, hier steht gleich ein Wohnhaus. Strom drauf. Alter, wie geil ist das? Und jetzt habe ich was gesehen. Leute, guckt euch das mal an. Den Pokal fasse ich nicht an. Also hier steht ja noch richtig viel. Leute, hier so ein kleiner Kinderstuhl, wie gruselig. Hier hängt alles noch so drin, wie es damals verlassen wurde. Moin Moin Leute, grüßt euch das wieder, Onkel David. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade in der Nähe von einem kleinen Bauernhof, was wieder mitten im Ort steht. Mir geht die Düse schon wieder richtig dolle. Der Stift guckt schon so weit mindestens. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann begleitet mich. Wir starten diesmal direkt in der Scheune. Los geht's. Hier waren mal ganz viele Kühe gestanden, Leute. Ein riesiger Kuhstall. Bemerkenswert, gell? Ganz toll. Aber der Kuhstall ist nicht das Objekt der Begierde, sondern das Haupthaus. Das Blöde ist, wir befinden uns wieder mitten im Ort und mir geht richtig die Düse. Auch nach den ganzen Videos, ich bin immer noch ängstlich, wenn es um Locations geht, die mitten im Otzen. Ja, hier haben wir schon das erste Gefährt stehen. Und da geht es ins Haupthaus, oder? Obwohl, hier haben wir ein Glasbecken mit ganz vielen Utensilien noch. Stromversorgung. Aber es geht kein Wasser mehr. Da kommt auch kein Wasser. Dann gucken wir hier rein. Das sieht interessant aus. Das sieht richtig geil aus. Und dann gucken wir erstmal links hier. Wir haben mal eine Art Badezimmer. Das gefällt mir. Mal so einen alten Heizstrahler. Und hier, ja, das Bad. Recht simpel gehaltene. Hier steht auch noch eine Waschmaschine. Erbkochbundwäsche. Da hat die Familie dann gebadet und hier sich früh die Zähne geputzt und alles. Ah, leer. Ohlala, das ist ja richtig groß hier. Guckt mal hier, hier stehen die Flurmöbel noch. Wow, Leute. Jetzt muss ich das Licht ausmachen. Guckt euch das an, was hier alles noch rumsteht. Genial, oder? Hier bin ich schon wieder echt sprachlos. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Hier können wir das Licht wieder einschalten. Guckt euch das an. Alles voller Bücher. Hier schaut es aus wie in so einem kleinen Buchladen. Was mich nur wundert, sind diese Bohrungen hier. Aber hier geht es ja noch in einen anderen Raum. Da gucken wir auch schnell noch hin. Da haben wir hier noch so, ja, von Pferden. Das hatten die damals um den Hals hängen. Das sind so Geschirre, oder? Und hier ein richtig schöner, alter Plattenspieler. Also das gefällt mir schon wieder. Ja, da bin ich schon wieder ein bisschen happy. Gut, dann gucken wir in den nächsten Raum. Das hier sieht aus wie Küche, aber die zeige ich euch dann. Das müsste Speisekammer sein. Hier haben wir noch diverse Schränke, die aber leider leer sind. Da liegt noch einzelne Verpackungen drin. Da ist auch nichts mehr. Ja, und das ist der Küchenbereich. Das sieht richtig geil aus. Kleiderbügel. Hier hängt noch die Kochschürze. Eine große Dunstabzugshaube. Ja, der Herd fehlt. Besteckkästen fehlen auch. Da haben wir noch Salz und Zucker. Gegenüber ist die Spüle. Und da haben wir doch tatsächlich noch Besteck. Aber auch hier in den Schränken ist nichts mehr vorhanden. Krass. Also hier hat man alles mitgenommen. Und überall diese Proben, würde ich mal sagen. Also das Haus ist richtig interessant. Das gefällt mir schon wieder richtig gut. Wo geht es denn hier hinten hin? Wir haben jetzt so eine kleine Nische im Flurbereich. Und da haben wir hier auch gleich ein paar Klemmbausteine. Krass, oder? Sieht aus wie Technik. Geil. Ja, namhafter Hersteller und ein bisschen anderes Material. Und dann geht es hier. Ja, das müsste eine Art Büro sein. Und hier haben wir auch noch Kontoauszüge, so wie es ausschaut. Und da haben wir 400 im Haben. 2000, keine Ahnung was das sein soll. 286 im Haben. Ja, hier liegt auch noch die Landwirtschaftliche Krankenkasse von 2005. Und diverse CDs hier. Waren das hier vielleicht die Enkelkinder des Besitzes? Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Kalender vom Januar. Aber das Jahr steht nicht da. Und hier oben ist eine Ehrenurkunde in Anerkennung und verbunden mit einem herzlichen Dank für die zehnjährige ehrenamtliche Mitarbeit im Land Frauenverband als Vorstandsmitglied. So, wow. Schaut euch das an. Hier hängen samt Kleider oder irgendwas. Auf jeden Fall alles samt. Hier geht es in ein Badezimmer, das richtig genial ausschaut. Also hier, das würde mir richtig gut gefallen, wenn ich das zu Hause hätte. Mega geil. Also das Badezimmer ist der Hammer. Also das gefällt mir richtig gut. Hat zwar bloß eine Dusche, aber es reicht gerade. Momentan mit Baden wird eh schwierig mit den steigenden Energiepreisen. Ich habe das Licht jetzt nochmal ausgemacht, weil, ihr seht es wahrscheinlich hier drüben, hier steht gleich ein Wohnhaus. Und hier haben wir das Schlafzimmer. Gut schlafen, besser leben. Aber ansonsten, ja, nichts weiter. Weiter geht's auf der Reise. Ja, von da sind wir gerade gekommen. Dann haben wir hier eine Toilette. Und hier ist wieder ein kleines Zimmer. Da steht hier so ein großer, ja, das müsste irgendwie zum Auskochen von Früchten irgendwie so Töpfe sein. Die habe ich auch daheim nur ein bisschen kleiner. Da auch wieder so Bohrungen. Und hier haben wir eine Gefriertruhe. Die ist aber leer. Und da ging es auch auf den Balkon. Und da haben wir auch noch einen Schrank, Bettwäsche, Bettauflagen. Okay. War das hier vielleicht eine kleine Unterkunft, wenn so was da hängt? Und das nächste Räumchen. Ja, hier haben wir noch eine Eckbank. Und da auch wieder diese, ja, da hat man irgendwelche Bodenproben genommen. Da auch so ein richtig alter Schrank, ne. Der ist halt komplett leer. Aber schaut halt geil auf. Da haben wir jetzt auch noch so ein Dia liegen. Guckt mal. Ich weiß nicht, erkennt ihr das jetzt? Da ist ein Ehepaar drauf. Cool. Ja, ganz klar. Badezimmer im modischen Rosa. Und das hier könnte... Wow. Leute, das ist heftig. Hier ist so ein Babybett. Da ist das Kopfkissen und die Decke sogar noch drin. Ja, der Raum ist relativ leer. Aber es müsste das Wohnzimmer gewesen sein. Und hier kommen wir jetzt in die Küche. Das müsste eine Art kleine Küche hier gewesen sein. Da hat man hier noch so einen kleinen Tresen. Da hat man wahrscheinlich früh schön gefrühstückt. Zu zweit bestimmt. Und hier, das war bestimmt eine Garderobe. Oh, Leute, da haben wir schon wieder eine Gefrierte Ruhe. Mal da mal reingucken. Oh, die ist auch leer. Gut. Auch hier wieder so Aufbewahrungsschränke. Und das hier könnte ein Kinderzimmer gewesen sein. Ja, hier waren dann die Kleidungsstücke drin. Hier haben wir auch noch diverse Bücher. Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung. Und da auch diverse Krimskrams. So, gehen wir mal die Treppe hoch. Leute, hier sind wir direkt auf dem Dachboden. Guck mal. Hier haben wir noch Lautsprecher. Das müssten doch Pioneer, ja? Geil. Die habe ich damals auch gehabt. In meinem Auto. Krass. Da haben wir auch noch Schneeschuhe. Da ist so eine Makita Power Station. Krass. Da steht noch ein Hometrainer. Und keine Ahnung, was das da ist. Da hinten noch ein Grill. Geil. Also hier steht ja noch richtig viel. Okay, da ist leer. Gut, dann gucken wir hier mal noch ein Stockwerk hoch. Gucken wir mal irgendeine Aquariumspuppe. Auweia. Alter, ist der voll. Ist der voll. Heftig, Leute. So ein kleiner Kinderstuhl. Wie gruselig. Und das so ein Puppenhaus. Abgedeckt. Leute. Guckt euch das an. So einfach mal so ein Puppenhaus. Übelst. Da haben wir hier noch irgendwelche Schrankelemente. Da hinten haben wir so einen Kaufmannsladen. Und das ist ja auch mega, oder? Da ist einfach mal ein Fenster auf dem Dachboden. Aber kein weiterer Eingang da rein. Ist ja riesig hier oben. Hier hinten sind die ganzen Kleidungsstücke noch im Kleiderschrank. Krass, oder? Hier ist ein voll alter Ledermantel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Übel. Da oben auch noch irgendwelche Decken. Und hier geht es genauso weiter. Hier hängt alles noch so drin, wie es damals verlassen wurde. Da haben wir so eine Kassettendrehbox. Cool. Und hier sind diverse Schulhefte, wie das ausschaut. Das sind doch Schulhefte. Aber leer. Die sind alle leer. Hier haben wir eine Zeitung mal. Da könnte man vielleicht mal ein Datum rauskriegen. Und zwar ist das die Sportbild von 93. Den Pokal fasse ich nicht an. Okay. Jugendarbeitsschutzgesetz. Hier sind die ganzen Schulunterlagen von dem jeweiligen Kind. Krass. Also das ist übel, dass das noch hier rumliegt. Und jetzt habe ich was gesehen. Leute. Guckt euch das mal an. Hier steht eine komplette Eisenbahnanlage rum. Da haben wir noch einen Teil von der Schiene. Da ging es rein in den Tunnel. Dann da raus. Und da wieder rein in den Tunnel. Und da wieder raus. Das ist jetzt schon wieder geil. Das gefällt mir richtig gut. So eine alte Eisenbahn hat was. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Wir haben ja jetzt in dem Stockwerk auch noch zwei, drei Räumchen, die ich euch auch noch zeigen will. Alter. Was war denn das? Machen wir. Strom drauf. Alter. Wie geil ist das? Leute. Habt ihr das gesehen? Hier geht der Strom noch. Hier. Machen wir natürlich wieder aus. Hier haben wir gleich ein Bett. Hammer. Dass der Strom hier noch geht. Also damit hätte ich ja wieder nie gerechnet. Aber hier auch wieder so schöne alte Holzschränke. Leute. Wenn man die kauft, die sind richtig teuer. Und hier. Ja. Vergammeln sie leider wahrscheinlich wieder. Ja. Jetzt sind wir hier auch wieder in einer Art im Wohnbereich. Weil das ist ja so eine Fernsehhalterung, würde ich jetzt mal behaupten. Da hat man auch wieder irgendwelche Bohrungen durchgeführt. Da liegt noch, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Lampe oder irgendwas. Hier geht auch der Strom noch. Ja man. Richtig lange Flur. Ja. Und das könnte vielleicht eine Art, ja, Kinderzimmer gewesen sein. Gott hat seinen Engel befohlen, über dich zu wachen auf all deinen Wegen. Sowas würde ich meinem Kind ins Kinderzimmer schreiben. Wenn es noch klein genug wäre. Ja. Und auch hier haben wir so eine Kinderspielschachtel mit irgendeinem Spielzeug. Ein bisschen Kriegsspielzeug, finde ich jetzt nicht so brickelnd. Military. Und dann kommen wir hier in eine Küche. Und Leute, die Küche schaut mal mega cool aus. Also richtig genial, schön eingepasst mit der Dachschräge hier. Da haben wir auch noch ein paar, ja, so Bierkrüge. Da die Ablagen für das Cerankochfeld, der Herd. Ja, der ist nicht mehr so lecker. Aber sonst eine mega schöne Küche. Da war mal ein Kühlschrank drin. Da haben wir noch einen Handschuh. Ja, die Spüle. Oh, 3. Januar 20 abgelaufen. Jetzt haben wir noch ein Räumchen hier hinten und dann sind wir, glaube ich, bald durch. Da hat man auch richtig gewütet. Aber das war so eine Art kleines Badezimmer hier. Aber das sieht auch trotzdem nett aus. Klein, gemütlich. Ja, kurz Waschbecken, die Farbe ist ein bisschen argmatig. Aber Dusche und ja, mehr braucht man nicht in einem Badezimmer. Waschbecken, Dusche, langt. Ja, und das war die Toilette. Hier haben wir ja Strom, können wir richtig schön gucken. Aber auch komplett ausreichend. Das ist der Balkon, der riesige. Aber da gehe ich nicht raus, weil gegenüber ein Haus steht. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt filmen. Ja, Leute, dann holen wir mal runter. Vielleicht haben wir hier noch einen Keller, wo wir mal hingucken können. Das wäre natürlich auch noch interessant. Hier geht's in den Keller. Aber der ist gar nicht groß, Leute, da ist gar nicht viel. Hier hängen ein paar Sachen. Ein bisschen Holz und alles schon modrig. Hier muss ich nicht rein. Den Stall spare ich mir jetzt, weil, keine Ahnung, bin ein bisschen, ja, durch den Wind heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen und ein Abo da. Da würde ich mich riesig freuen. Also, haut rein. Bis bald. Ciao. Bis bald. Keine Ahnung. Im Untertitelung des ZDF, 2020